Nachdenkseiten. Die kritische Website. Putin will uns spalten. Der neue Lieblingssatz der eigentlichen Spalte. Ein Kommentar von Jens Berger. Wer die Bundesregierung kritisiert und die Mehrheitsmeinung der Berliner Blase hinterfragt, hat es einfach. Wer widerspricht, wird gerne je nach Themengebiet als Querdenker, Putin-Versteher, rechtsoffen oder sogar als Antisemit tituliert. Früher waren die Hüter der Wahrheit ein wenig origineller. Da hieß es dann, geh doch drüben, wenn es dir hier nicht passt. Aber ein Drüben gibt es ja nicht mehr. Dafür beklagt man heute die fortschreitende Spaltung der Gesellschaft. Schuld daran ist natürlich nicht eine Politik, die dazu führte, dass die Spaltung zwischen Arm und Reich, die Kluft zwischen Abgehängten und Privilegierten seit vielen Jahren immer größer wird. Schuld daran ist natürlich auch nicht ein gesellschaftliches Klima, das den Korridor des Erlaubten immer weiter verengt und Kritik an Themen wie der Rüstungs- und Kriegspolitik, der Corona-Politik, der Migrationspolitik oder identitätspolitischen Fragen reflexartig in die rechte Ecke verschiebt. Schuld daran ist, wie auch sonst, Putin. Er wolle uns spalten. Das sagen zumindest diejenigen, die auf politischer oder medialer Ebene die tatsächliche Spaltung der Gesellschaft forcieren. Als die Kollegen von Multipolar die RKI-Files veröffentlicht hatten, dauerte es nicht lange, bis die üblichen Verdächtigen in den Phrasendrescher-Modus schalteten. Für Janosch Dahmen, seines Zeichens gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen, war das alles Desinformation, deren Ziel es sei, uns zu spalten. Dann raunte er noch was von solcher Einflussnahme ausländischer Nachrichtendienste. Sein Kollege Karl Lauterbach sah in der Veröffentlichung der Protokolle eine Einmischung fremder Regierungen. Spannend! Arbeitet der Kollege Paul Schreier nun etwa für den FSB? Hat gar nicht Multipolar, sondern Russland die Veröffentlichung der RKI-Protokolle vor Gericht erfolgreich eingeklagt. Offenbar haben die Schwurbler Damen und Lauterbach ein von Verschwörungserzählungen geprägtes Weltbild. Sowas soll's ja geben. Interessanter als ihr konspiratives Geraune von ausländischer Einflussnahme ist jedoch ihre These, bei der Veröffentlichung der RKI-Files gehe es darum, uns zu spalten. Wer ist uns? Und warum sollte uns die Veröffentlichung von Protokollen der RKI-Sitzungen während der Corona-Krise eigentlich spalten? Sowohl Damen als auch Lauterbach gehörten der Fraktion an, die von den Medien gerne verniedlichend als Team-Vorsicht beschrieben wurden. Auch das eine merkwürdige Wortwahl. Was hat es mit Vorsicht zu tun, wenn man nicht nur die Risikogruppe, sondern die gesamte Bevölkerung mit einem experimentellen Pharmazeutikum gegen ein Virus immunisieren will, das für den Großteil der Bevölkerung gar nicht so gefährlich ist? Diese Fraktion hat sich auch dank massiver medialer Unterstützung durchgesetzt und die Corona-Politik bestimmt. Diese Politik hat das Volk gespalten und nicht die Kritik an ihr. Und schon gar nicht die sich bestenfalls im Anfangsstadium befindliche Aufarbeitung dieser Politik. Und nebenbei, mit Putin hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Dessen Corona-Politik war inklusive Impfungen, Lockdowns und Kontaktsperren genauso autoritär und fehlgeleitet wie die Lauterbachs. Die Kritik an einer Politik, die die Gesellschaft gespalten hat, kann aber per se nicht spaltend sein. Und der Vorwurf, eine Aufarbeitung dieser spaltenden Politik diene seinerseits der Spaltung, ist eine infame Verdrehung. Doch diese Methode der Verdrehung ist ja zurzeit sehr populär. Als der russische Auslandssender RT ein abgehörtes Gespräch von vier hochrangigen Stabsoffizieren der deutschen Luftwaffe über die mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine veröffentlicht hat, hieß es seitens Politik und Medien auch, die Veröffentlichung diene dazu, Deutschland zu spalten. Auch hier ist der Vorwurf der Spaltung grotesk. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der sogenannten Taurus-Leaks war die klare Mehrheit der deutschen Bevölkerung gegen eine Lieferung der Taurus-Marschflugkörper. Nur bei den Anhängern der Grünen gab es damals eine klare Mehrheit für die Lieferung. Die Gesellschaft war also in dieser Frage in der Tat gespalten. Und wer ist für diese Spaltung verantwortlich? Putin? Die Taurus-Leaks? Wohl kaum. Verantwortlich sind vor allem diejenigen, die diese Option überhaupt ins Spiel bringen. Und hier wird es interessant. Befürwortet wird die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper von der CDU und zahlreichen Politikern aus den Reihen von Grünen und FDP sowie der großen Mehrheit der Leitartikler. Sie sind es, die die Gesellschaft in dieser Frage spalten und nicht etwa die Veröffentlichung eines abgehörten internen Gesprächs von Luftwaffenoffizieren. Die Erzählung, neudeutsch-narrativ, einer angeblichen Spaltung der Gesellschaft durch Kritik an der Position, die Teile der Politik und die Mehrheit der Leitartikler vertreten, ist ebenso infam wie durchschaubar. Der manipulative Trick ist es, es so darzustellen, dass die eigene Position die einzig vernünftige und auf das Gemeinwohl gerichtete Position ist. Und da das Volk offenbar zu dumm ist, dies zu erkennen, ist es anscheinend die Aufgabe der politischen und medialen Eliten, eine Mehrheit für diese Position zu gewinnen, das Volk also hinter der richtigen Position zu vereinen. So gesehen trägt natürlich jede Kritik an dieser Position zur Spaltung bei. So kann man durchaus argumentieren. Nur eins, demokratisch ist daran so gut wie gar nichts. Demokratisch wäre hingegen ein offener Austausch der Argumente, bei der am Ende die besseren Argumente obsiegen. Doch wer will schon das Risiko eingehen, am Ende zu verlieren? Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.